Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der verrückte PS4 Zocker ist wieder hier und er kämpft gegen die... 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 Die YouTube... Die YouTube... Money... Er kämpft gegen YouTube Money. Er kämpft gegen die großen YouTube Stars. Die... Ähm... Die... Ähm... Unsinn... Und... Äh... Lügen... Und... Ähm... Dünnschiss auf YouTube verbreiten. Ich... Will euch nur eins sagen. YouTube Money... Kann mich mal. Genauso wie Tanzverbots-YouTube Money. Weil er hat ja nicht mal YouTube Money. Das ist ein korrekter Typ Tanzverbot. Ein richtig cooler Typ. Unterstützt ihn. Und ich will auch deine Unterstützung, Tanzverbot. Weil ich möchte... Mit deiner Hilfe... YouTube zu einem besseren Ort machen. Ein YouTube wie damals. Ein YouTube ohne Werbung. Ein YouTube... Ähm... Ohne... Irgendwelche Pranks. Irgendwelche Leute, die... Ähm... Ihr neustes Handy in die Kamera halten müssen. Und dann schreiben, 700 Euro Handy geschrottet. Oder angeben, dass sie neue Sneakers für 1200 Euro gekauft haben. Obwohl der Materialwert des Schuhes vielleicht nur 7 Euro beträgt. Das ist YouTube. So sieht es aus. Ich hab mir ne Analgurke in den Arsch gesteckt. Ich habe den gefickt. Ich habe das gefickt. Ich bin schwanger. Und dann ist sie nicht schwanger. Sag nur Katja. Willst du mich eigentlich verarschen? Will mich YouTube verarschen? Was soll das? Es ist Zeit für einen Wandel. Und der Wandel ist heute angebrochen. Der Tag ist gekommen. Aber das funktioniert nur, wenn ich Tanzverbot zur Unterstützung habe. Tanzverbot. Bitte. Allah. Tanzverbot. Mashallah. Allah. Tanzverbot. Komm. Und mach mich in deiner Abo-Box. So. Ich hoffe, das hat geholfen. Ciao. Bis dahin. Und ich bin jetzt auf der Playstation 4. Ich bin jetzt auf der Playstation 4. Jetzt auf.